Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurer Schule zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht's wieder weiter mit einer hier, so einer Bündnis-Quest und zwar mit Poppy. Die hat sich ja in der letzten Folge bei uns gemeldet, weil sie weiß, wo wir Doran finden können. Und jetzt geht's natürlich wieder darum, wie wir, nachdem wir den Mondstein in der vorletzten Folge, eben in die ganz schwer irre, gefunden haben, wie wir die Schnatzern retten können, wie auch immer. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See, doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Aha, ja schönen Dank dafür. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Bildern erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute Holt. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Wenn du das sagst, alles klar. Dann, äh, wo geht's lang? Hallo? Äh, Spiel? Könnte es weitergehen? Oder wird es... Hä? Hallo? Okay, jetzt... Soll ich jetzt einfach gehen? Oder was ist... Hallo? Oder gibt's... Oder ist die Quest jetzt schon erstmal wieder beendet, bis irgendwann... Keine Ahnung, was passiert. Aha, neuer Auftrag verfügbar. Ja. Äh, ein Schnatzer in der Hand. Trifft dich südwestlich von Brockborough mit Poppy. Okay. So mag wie das. Ähm, dü-dü-dü-dü-dü... Irgendwo... Da... Hallo? Dürfte ich mal hier hinreisen, bitte? Juuuut. Äh, Moment. Da oben müssen wir hin. Dann einmal auf den Basin. Oha. Einmal durchs Geäst. Hui. Und halt. Ich sollte hier absteigen. Ja, ach ne. Echt jetzt. So, irgendwas... Halt. Moment, was ist das da? Aha. Okay. Also der kann auf jeden Fall irgendwie runterrollen, wie es aussieht. Na gut. Mal gucken. Kümmern wir uns dann drum. Erstmal geht's hier mit der Quest weiter. Äh, so. Warten. Auf was? Auf Tag? Nee. Einfach nur auf Poppy. Na gut. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Nun gut. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wildern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Neue Viecher. Das hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wildere auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg... Lass ich mich mal durch hier. So, wunderschön, Bon Giorno. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ja, dankeschön. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Ähä. So, dann erst mal, zack, den platzieren. So, und die muss ich jetzt ja bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, ziehen, schieben, hast du nicht gesehen. Aber in... wohin? Moment. Äh, da. Wo ist denn hier diese... so eine Schneeflocke? Hä? Und der... ach, Moment, das hier? Ah. Ja, tun sie. So. Moment, wie... wie muss ich das... Nee, das geht nicht. Äh, hallo? So. Äh. Das kann ich mir nennen. Die müssen doch bestimmt irgendwie auf diesen Punkten stehen. Hm. Okay. Oh. Äh. Moment. Hä? Jetzt leuchten die? Okay. Wieso leuchten jetzt die hier? Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Äh. Okay. Mhm. Moment, jetzt leuchtet der... Ah, okay. Da, wo der Schatten so hinfällt. Ah. Okay, aber was muss leuchten, ist die Frage. Einfach alle? Oder wie ist das? Jetzt leuchtet ja nur das. So, oder muss ich die richtigen... die Symbole finden, die leuchten müssen? Das war's. Da, Dorin. Ein Durchgang. Okay. Das war jetzt Glück. Wir nehmen an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst. Jedenfalls. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Elek. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Äh. Nun gut. So, aber warum das jetzt ausgerechnet die beiden waren, das verstehe ich noch nicht. Ist da hier irgendwo ein Hinweis? Hätte ich hier irgendwo einen Hinweis sehen können, finden können? Spinnennetze. Oh, halt. Ja, na klar. Was ist das? Okay. Nice. Verbrenne, Dreckszeug. So, hier oben. Was ist da? Warum kann man hier hoch? Aha. Aha. Was ist hier? Nö. Nö. Hä? Okay. Warum kann man hier oben rein? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch zu doof. Gehen wir mal hier weiter. So. Ähm. Ah, ach so, der goldene Hochsitz. Na, den rein da. So. Was haben wir hier denn schönes? Keine Ahnung. Sieh dir die Malereien an. Das sind alles zugelegen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutzentscheid sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Ah, Moment. Halt. Truhe. Wie kommst du darauf? Die Wilderer-Lager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wilderer-Lager. Mhm. So, Moment. Ausrüstungsplätze sind schon wieder voll. Mann. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Revelyo. So, Moment. Ausrüstungsplätze sind voll. Putzen. So, hepp. Mhm. Okay, dann muss ich auf jeden Fall das Aussehen gleich erstmal wieder anpassen, weil... Sieht kacke aus. Kann man nicht anders sagen. Halt, Moment. Hier. Euch kann ich auf jeden Fall... Weeech. So, dann... Zack. Hätte ich gerne... Nö. Um Gottes Willen. Ne, was soll ich denn mit so einer Bane-Maske? Ja. Ah, die schon eher. So. Nicht identifiziert. Das bringt mir nix. Das bringt mir auch alles nix. Aber eins der Outfits war, glaube ich, besser, ne? Ah, oder auch nicht. Oder vielleicht ist das da. Keine Ahnung. Na gut. Ah, erstmal haben wir wieder... Ich glaube, zwei waren jetzt frei, ne? Zwei Ausrüstungsplätze von nah her. Rein da. Und das nehmen wir mit. Das auch, wenn wir schon mal hier sind. Ähm. So, ein paar Gulden. Oh, halt, da sind auch noch Gulden. Galleon. Mann. Wieso sag ich mal Gulden? So. Ja, vor allem Galleon. War das irgendwann... Waren Galleonen irgendwann mal Libero? Dann gab's da mal was. Äh, hallo? Nein. Okay, Moment. Sag. Anhalt so. Flupp. Hm. Incentio. Reveglio. So. Das hier... Ist hier noch irgendwas? Natürlich ist hier noch was. Und zwar... Eine mittelgroße, handgefertigte Dekoration. Geil. Hier kann man bestimmt nicht durch, ne? Ne. Nun gut. Dann gucken wir mal, was hier so ist. Uh-huh. Ich habe erstmal welche mit dem Zeug. Hier, Duellierhandschuhe. Äh, Moment, was ist hier? Hm. Achso, Moment. Das ist eine Kiste. Moment. So. Alter, das Tust da hier. Mal Licht. Er ist hier oben, nicht? So, mal. Äh. Robi, geh weg. Aha. Hm. Ah, okay. Einmal rot, einmal lila. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was hier so los ist, Alter. Machen wir mal Licht hier. Ist hier dunkel wie im Kohlenkeller. Hm. So, wenn ich mit dir schlinge. LUMOS. RIVELIO. INSENDIO. Hm. So. Ah. Wer auch immer das hier erbaut hat, mochte Bücher. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Hm. Okay, mehr ist hier aber nicht. Oder? Warte, geht es hier noch weiter? Nee. Ich dachte, da war vielleicht noch ein geheimer Gang. Aber nö. Äh, okay. Das heißt, jetzt muss ich das Rätsel da vorne erstmal lösen. Geil. Moment. Halt. Da ist ja auch noch. Hier geht es auch noch hoch. So. Ah. Ah, ja. Ein Würfel. Genau. Und da drauf. Hallo. Hoch da. Mensch. So. Und jetzt ist die Frage, ist hier noch ein Würfel oder war der auf der anderen Seite und ich habe den nicht gesehen? Dann habe ich den nicht gesehen, wie es aussieht. Shit. Autsch. Oh, gib mal die Dinger hier. So. Hoch mit dir. Das heißt, irgendwo hier ist ein Würfel versteckt. Was? Da. Moment. Kann ich hier? Oh. Dann runter mit dir. Mann. So. Zack. Gibt das was? Autsch. Autsch. Hä? Moment. Oder sind das... Was sind das für Symbole? Sieht aus wie Incendio und das? Wie... Wie... Das? Die Bodenplatten sind mit Symbolen versehen. Wow. Natürlich. Wie clever. Okay. Sieh dir das an. Sind das Schnatzer? Da. Na toll. Nicht daran. So viel ist sicher. Das war Rekos. Hm? Ja. Ja. Nein. Sieh dir das an. Was? Oh, oh. Ich. Oh, oh. Was? Nicht. Oh, weiter geht's. Okay. What? Oh, Mann. Gibt's nicht. Gibt's so. Alah. Gibt's nicht. Oh, jetzt komm ich her So, jetzt ist aber Schluss hier Aua Mann Okay, sperre die Türen auf Na dann So Äh, Moment Oh, da ist noch Dip-Tarm Wenn ich irgendwie mal hier vorbeikomme Nein Ja, wobei gut Dip-Tarm-Letter brauche ich jetzt nicht unbedingt Habe ich genug von Aber, ne So Aha Gut, den Rest kann ich nicht aufsammeln Na dann Äh, öffnen Ah Okay Und du Da Da sind sie Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind Und das sind sie Du solltest das tun Bei Merlin, wie wunderbar Nur wohin mit ihnen Sie brauchen noch Hilfe Und sobald jemand von ihrer Rücke erfährt... Ihnen wird nichts geschehen Die Zentauren sorgen dafür Das schwöre ich Danke Danke, Dorin Für deine Hilfe bei der Suche Und deinen Einsatz Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind Die Wilderer hätten das nie getan Vergiss das nie Ihr habt heute mutig gekämpft Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen Wenn es dir nichts ausmacht, Dorin Würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen Neues Auftrag abgeschlossen Geil Wir haben einen Schnatzer gefunden Irre Zünd den Knaller Okay So, dann würde ich doch direkt mal sagen Das ist auch der ideale Zeitpunkt Um die Folge hier zu beenden Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein Da müsste es dann, wenn ich mich jetzt nicht ganz verirre Mit der Hauptstory weitergehen Denn Nebenquests dürften jetzt alle erledigt sein Oder zumindest diese Beziehungsquests, sag ich mal Mit Ominous hatten wir jetzt gerade nichts Poppy ist gerade erledigt Natti kommt irgendwann noch wieder was Neues Aber gut, wann, keine Ahnung Das werden wir dann sehen In diesem Sinne Hoffentlich bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal